Servus! Wir werden einfach nicht gedrückt. Aber da wir jetzt in diesem komischen Raum feststecken, fürchte ich, wir werden es tun müssen. Und das machen wir jetzt. Auf geht's. Okay, wir rissen das Wasser ab. Aha, wir öffnen die Tür. Sehr gut. War halb so wild. Und ich wette, mit diesem roten Knopf werden wir wieder den Wasserstand erhöhen. Ja, sonst kommt hier nichts weg. Okay, okay. Bis zur Kette. An die wir jetzt so nicht drankommen. Dann suchen wir mal nach Treibgut. Oder auch nichts. Eine Luke. Ab durch die Luke, Dwight. Au. Ha. Hm, okay. Okay. So. Hallo liebe Freunde. Ihr erinnert euch an den roten Knopf der letzten Folge. Nein, kleiner Spaß. Ähm, ich denke wir müssen uns irgendwas suchen. Was wir später als Treibgut verwenden können, um tatsächlich an diese Kette dann zu kommen. Äh. Aber hier ist doch nichts. Ein altes Fahrrad, das können wir nicht greifen. Nee. Hier im Raum war doch auch nichts. Ah, nein. Nein, 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 nein. 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 So. Hier können wir nichts mitnehmen. Okay. Okay. Können wir vielleicht durch diese Luke. Dann schnell den Knopf. Und schnell drüber schwimmen. Die geht hinzu. Okay. Hätte ich eigentlich davor ziehen können. Das können wir nicht mitnehmen. Diese Stelle, die eigentlich gar nicht nach so einem heftigen Rätsel ausschaut. Scheint gar nicht so easy zu sein. Hier können wir auch nicht hoch. Und mitnehmen können wir auch nichts. Was? Okay. Hm. Ich bin ideenlos. Ist vielleicht etwas unter Wasser, was wir davor nicht gesehen haben. Eben geht schon die Luft aus. Auf, auf, auf. Auf, auf. Und nochmal Luft anhalten. Da haben wir nichts. Schnell, schnell. Hm. Ein roter Knopf. Da können wir wirklich sonst nichts tun. Da können wir wirklich sonst nichts tun. Nichts ziehen. Nichts schieben. Nichts ziehen. Und nichts mitnehmen. Wenn wir mitnehmen. Ne. Da geht sofort die Klappe zu. Und dann versuchen wir's doch andersrum. Und jetzt drüber. Genau, da sind wir nämlich oben. Sehr gut. Ah, wunderbar. Das sieht gar nicht gut aus. Ah, ein alter Koffer. Ein. Ach, ein unfucking fassbarer alter großer Koffer. So. So. Und das brauchen wir gleich, um an die Kette zu kommen. Okay. Oh, da werden sie alle abtransportiert. Jetzt mit Zügen auch noch. Das hat alles was so'n bisschen von Holocaust. Von Anfang an schon. Aber jetzt immer mehr hier durch diese Transporte. Ah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh. Diese fiesen Schweine. Nein, nein, nein. Ach. Äh, ja. Ich probier's jetzt noch fünfmal. Beim sechsten Mal mach ich's dann richtig. Oh. Okay. Nur nichts weiter. Und jetzt. Das ist der Schatten den wir brauchen. Ah, da dann habe ich nicht gedacht. Nein, die Schweine. So. Schnell das Ding drehen vermutlich. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Andere Richtung. Nein, Schatten, 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 schnell. Gott. Und wieder weiter drehen, weiter kurbeln. Schneller, 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 schneller. Schatten, 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 Schatten. Oh, dieses Spiel. Und nochmal. Komm, jetzt schaffen wir's. Aber auch nicht. Ah, kleiner Dwight. Das ist immer so knapp. Und jedes Mal, wenn ein Lichtgegel hier in die Nähe kommt, habe ich das Gefühl, dass er mich gleich erwischt. So. Ah, der nächste. Hm. Jetzt dachte er habe ich den Sprung gerade verkackt, aber... ...hat gerade noch funktioniert. Okay. Und durch die Lücke fliehen wir. Oh. Schön. Dass da noch so ein Lichtgegel ist. Und jetzt schnell aufmachen. Schnell, schnell. Oh, Alter. Ich versuche es mit einem Sprung. Vielleicht können wir da diese Britte erreichen. Ja. Wunderbar. Können wir hier wieder hoch? Nein. Also bleiben wir hier unten. Mann, was ist das alles? Also das ist eine Kette. Und die glatte ich jetzt mal runter. Geht's jetzt in die Kanalisation? Pfff. Ah, das U-Bahn-System. Okay. Okay. Viva la Kanalisation! Pfff. Ganz vorsichtig. Ah, die Hunde. Die Hunde. Auch ein... Pfff. Der findet sich doch jetzt keine Abgehörsen. Kommt irgendwie zu mir. Und will die Schnee-Schaben. Ah, wir können hier nicht zu weit abtauchen. Irgendwann geht da gleich die Luft aus. Oh, jetzt wird doch nicht so ein... Oh Gott. Da ist doch gerade wieder runter. Ja, ach Gott. Nein. Ja. Warte mal. Hm. Pfff. Puupppum. Hm. Hm. Der kommt da gleich hierher. Und wenn nicht da... Wartet der natürlich hier am Wasser. Der kann schwimmen. Fuck Warum kannst du schwimmen, Hund? Ich weiß warum Alle Hunde können schwimmen Können die auch tauchen? Äh, nicht ganz so gut Nicht ganz so gut Okay, 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 okay Jetzt schnell, Junge, Mann Schnell, 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 schnell Behalte ich, behalte ich Ja Oh, Hunde, rutsch bitte nicht mehr Oh Gott, die nächsten Oh Gott Ich hab so Gänsehaut gerade Boah Junge, Junge, Junge Scheiße Boah, diese Schweine Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, nein Oh Diese fiesen Säcke Mann Oh, das kann's doch wohl echt nicht sein Also Schnell, 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 schnell Die verarschen wir ein bisschen So Komm, komm Gott sei Dank Seid ihr ein bisschen schlau Das verschafft Vielleicht nehme ich ein bisschen Zeit Nein Tut es nicht Tut es nicht Tut es nicht Tut es nicht Oh nein Tut es nicht Das genügt einfach nicht von der Zeit her Eintritt Muss ich jetzt wirklich Brett für Brett machen So, wenn ich früher rüberlaufe Sehen die das gleich Und kehren dann schon um Nur so hab ich ein bisschen Zeit Komm, komm, komm Komm, jetzt lauf Was für eine scheiß gemeine Stelle Komm, 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 komm Komm, das letzte Brett Aber die Runde kommt doch da auch durch Kann ich da jetzt schon vorbei? Ja Aha, ein Schrank Ich liebe Schränke Gott Durchatmen Und Pause machen, liebe Kinder Es geht beim nächsten Mal weiter Vielen Dank fürs Zusehen Oh Gott, oh Gott Ich bin so aufgeregt Tschüss Ich bin so aufgeregt Vielen Dank.